Hallo und sehr willkommen zu einem neuen Format auf meinem Kanal. Ich werde in den folgenden Videos jedes Gebiet, jede Stadt, je noch so kleinen Fleck untersuchen und euch mitteilen, was ich insgesamt so alles gefunden habe. Das wird kein Speedrun und kann sich wahrscheinlich einige Monate, wenn nicht sogar Jahre, hinziehen. Ich werde einige Sheets benutzen, zum Beispiel Godmode und auch die Gatling Laser werde ich mir herbeischieten und die dazugehörige Munition. Willkommen zurück zu Fallout 3. Ja, da ist es deiner, da waren wir eben gerade. Oder in der Vorfolge halt. Und jetzt muss ich wieder auf den Boden kommen. Jetzt untersuchen wir Sendeturm KX-B811. Let's go. Okay, chinesisches Funkleitstrahl. Signal erfasst. Oh. Okay, das werden wir gleich machen. Es gibt wahrscheinlich dann wieder so ein... Oh, da liegt jemand. Geheimpunkt, wo ich dann reingehe. Totes chinesisches Kommando. Okay. Ist das Signal schon da? Scheiße, ich habe gerade 10 von 10. Achso, das ist so etwas anderes. Oskar Zulu. Wenn irgendjemand das hier hört, ich bin Bob Enderstein. Ich bin mit meiner Familie in einer Abflusskammer der Nähe eines Radiosendeturms vor DC geflüchtet. Oh. Ein Junge ist schwer krank und braucht einen Arzt. Bitte helfen Sie uns. Wir warten auf 3950 Kilohertz auf Ihre Antwort. Wenn irgendjemand das hier hört. Ich bin Bob Enderstein. Ich bin mit meiner Familie in einer Abflusskammer der Nähe eines Radiosendeturms vor DC geflüchtet. Ein Junge ist schwer krank und ich bin mit meiner Familie in einer Abflusskammer der Nähe eines Radiosendeturms vor DC geflüchtet. Ah, ich weiß natürlich jetzt nicht, wo DC-Unders da ist. Oh, es leckt, es leckt, es leckt. Ich weiß nicht, wieso. Wenn irgendjemand das hier hört. Ich bin Bob Enderstein. Ich bin mit meiner Familie in einer Abflusskammer der Nähe eines Radiosendeturms vor DC geflüchtet. Ich gucke jetzt hier trotzdem einmal rum, ehe ich bei Fallout Wiki gucke. Okay, dann wird das nicht hier irgendwo sein. Wow, das ist gleich um die... Ich bin Bob Enderstein. Ich bin mit meiner Familie in einer Abflusskammer der Nähe eines Radiosendeturms vor DC geflüchtet. Ein Junge ist schwer krank, braucht einen Arzt. Es wird besser. Helfen Sie uns. Wir warten auf 3950 Kilohertz auf Ihre Antwort. Ja, 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 ja. Wenn irgendjemand das hier hört. Ich bin Bob Enderstein. Wir haben es geschafft. Ich bin mit meiner Familie in einer Abflusskammer in der Nähe eines Radiosendeturms vor DC geflüchtet. Mein Junge ist schwer krank und braucht einen Arzt. Bitte helfen Sie uns. What the fuck habe ich mich erschrocken? Wir warten auf 3950 Kilohertz auf Ihre Antwort. Okay, mache ich jetzt mal wieder aus. Ich bin Bob Enderstein. Ich habe mich gerade so erschrocken. Karnalization. Okay, warte mal, hat er gespeichert? Ich habe es gerade nicht gesehen. Ja, super. Ja, hier unten wird keiner mehr leben. Zu 99,9 Prozent. Hey. Wird hier keiner mehr sein. Ich weiß nicht, ob die das waren. Das kann ich leider nicht herausfinden. Aber die hatten noch Essen. Warum sind die gestorben? Ich hoffe, jetzt geht es weiter. Ich hoffe, jetzt geht es weiter. Es ist super oft abgestürzt. Also wirklich jetzt super oft. Ich habe jetzt, glaube ich, siebenmal alles neu aufgesammelt. Sieben- oder achtmal. Hier lag noch ein Schraubenschlüssel. Hier habe ich noch aufgesammelt. Also jetzt nichts Crosswistiges. Und das sind tatsächlich Mr. und Mrs. Anderstein. Oder war. Je nachdem. Und hier hinter... Ich speichere mal kurz ab. Hier findet sich die... Wie soll ich sagen? Funkgerät. Sende-Sendegerät. Ja. Hier findet man ein bisschen aufbereitet. Das ist Wasser nicht schlecht. Oh. So war es hier. Okay, aber vom Sohn ist jetzt hier nichts zu sehen. Oh. Und wie schon gesagt, ich... Achso, war ja auch im Vorvideo. Manchmal komme ich da durcheinander. Ich gehe mal von Fallout Wiki aus. Und deswegen... Gibt es hier noch eine Sache. Wo wir jetzt nochmal hingehen? Ich muss mir jetzt... Ich muss gleich nochmal lesen, wo... Genau das ist. Ach, das ist eigentlich eine... Oh. Das ist eigentlich eine Zufallsbegegnung. Das ist die Frage... Müsste der eigentlich leben? Weil das weiß ich nicht. Bei mir war er nämlich schon tot. Ha. Falls er bei euch lebt... I don't know. Ich hab gar nichts am Markt gemacht. Und... Ja, ich werde es nochmal kurz lesen. Weil irgendwo sollte ich hier noch hingehen, wo ich noch was finde. Ja. Okay, ich bin hart gespannt, ob ich das finde. Das habe ich hier auf dem Weg hier hoch nämlich nicht gesehen. Das müsste nämlich gleich hier vorne sein. Da fliegt so ein Radio wieder rum. Da. Da. Das soll hier noch zugehören. Oh, das finde ich ja... Moment, Moment, Moment. Das überschneidet... Das überschneidet sich doch mit dieser Milchwirtschaft, würde ich sagen. Ja, das ist die Toilette, würde ich sagen. Das überschneidet... Daumen, den zähle ich jetzt auch nicht mit dazu. Weil bei der Milchwirtschaft waren wir ja auch erst... Ja, vor kurzem auch nicht, aber... Wait, haben wir das nicht aufgesammelt? Ist das schon wieder... respawned? Ich werde mir kurz das Video angucken, weil ich bin mir eigentlich recht sicher, dass wir das alles aufgesammelt hatten. Ich war klar, wenn es respawned ist, ist okay, aber ich sammle es jetzt nicht nochmal auf. Das wäre ein bisschen schade. Weil ich wollte die Map eigentlich einfach mal leer haben. Okay, das gucke ich mir jetzt mal kurz an. Ich speichere natürlich. Zwischen. Schwierig. Schwierig. Ich habe es tatsächlich damals nicht aufgesammelt. Genau wie diesen Luca-Cola-Truck, der da hinten steht. Das habe ich auch nicht aufgesammelt. Der da. Den da. Oh, scheiße. Das ist ärgerlich. Das bedeutet, beim Diner, das hätte ich theoretisch auch nicht aufsammeln dürfen. Was mache ich jetzt? Das ist jetzt schwierig. Es steht drinnen. Ja, ich... Keine Ahnung, warum ich das da noch nicht gemacht habe. Okay. Die Flasche kriegen wir nicht. Oh, 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 oh. Es ging ja wirklich. Oh, 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 oh. Ich habe mich erschrocken. Aber die Flasche ist immer noch fest im Boden. Okay. Okay. Finde ich jetzt natürlich doof von mir selber, weil diese Milchwirtschaft ist ja deutlich näher dran. Ähm. Jetzt die Frage, zehn Roboter dazu. Welchen finde? Ja. Da. Ach, ziehe ich jetzt dazu? Oder was ist dazu überhaupt als einziger Gegner? Nein. Ich werde es mal nicht machen. Ich hätte es vielleicht doch nicht mitnehmen sollen. Weil es ist doch ganz schön weit weg, ehrlich gesagt. Ich habe es gemacht, Roboter lasse ich trotzdem weg. Ihr könnt gerne in die Kommentare schreiben, ob das jetzt doof war, dass ich das geholt habe. Und ob ich den Roboter hätte mit zuzählen sollen. Wenn ja, ändere ich das bei mir nochmal in der Tabelle ab. Ich mache so eine, so eine, ja in dem Fall Open Office Schrepp-Tabelle, Dokument, wie auch immer. Äh, ja. Es bringt mir leider nichts. Ich habe tatsächlich schon mal zwei insgesamt bei den ganzen Videos zwei Daumen runter bekommen. Es bringt mir leider nichts, wenn ihr nur einen Daumen nach unten macht und nichts dazu schreibt. Ich weiß nicht warum. Ich will es ja besser machen. Ich will es im besten Fall perfekt machen. Aber mit einem Daumen runter, ohne zu schreiben, warum kann ich leider nichts anfangen damit. Damit kann ich halt überhaupt nichts anfangen. Also würde mich sehr freuen. Ich meine klar, Daumen runter und sowas. Ich sage dagegen nichts. Aber warum? Das würde mich, auch wenn es meine Stimme ist, auch einfach drunter schreiben. Ja gut, okay. Das wäre ein bisschen dämlich. Aber ja, nur so kann ich meine Videos im besten Fall verbessern. Gut. Jetzt noch mal ganz kurz als Mini-Abschluss. Weil ich habe ja doof geschossen. Also was heißt doof geschossen? Ich habe halt wieder meine Munition verballert. Jetzt zeige ich euch mal, wie ich jetzt hier wieder Munition bekomme. Und zwar für den Gatling Laser könnt ihr bei euch auch machen. Gibt erstmal player.at.item und dann die 0, 0, 0, 0, 6, B, 5, 3, E. Leerzeichen. So viel Munition, wie ihr haben wollt. Ich mache 100. Perfekt. Und ja, falls ihr, achso, falls ihr die Waffe haben möchtet, dasselbe. Nur halt hinten dann 0, 0, 0, 0, 4, 3, 2, E. Dann Leerzeichen, die Menge, wie viele ihr haben wollt. Dann nochmal Leerzeichen und dann halt die, ähm, ähm, wie heißt das? Ach, jetzt komme ich gerade nicht drauf, verdammt. Und, ähm, na, wie heile das Ding ist. Ich komme jetzt gerade echt nicht drauf. Wie heißt das? Zustand. Ja, gut, Zustand ist ja auch ein bisschen runter, aber das ist ja irrelevant. Gut. Ich gucke jetzt auf der lokalen Karte, ob ich irgendwas übersehen habe. Aber nein. Notizen haben wir auch keine gefunden, nur ein Radiosender, sage ich mal. Und jetzt gehen wir natürlich erstmal wieder zurück. Ach ja, ich habe hier noch nichts gemacht. Ah, ZGSF Move Run Mold 200. Ja, hier. Der ausgehöhlte Fels. So, Waffen. Okay. Genau, das muss ich mir mal merken. Ne, habe ich da. Eine Kernspaltungsbatterie scheint auch ziemlich wichtig zu sein. Ich weiß leider nicht für was, ehrlich gesagt. Ich habe das Spiel schon so viele, etliche Stunden gespielt, aber ich weiß es gerade nicht. Oh Gott, ich vergesse es auch immer wieder. Oh Gott, jetzt hatte ich mir auch noch einen Schong. Ach, 4 ist die Standardgeschwindigkeit. Also theoretisch, wenn ihr ein bisschen erkunden wollt, stellt einfach so auf 10. Ich kann es euch mal ganz kurz zeigen, was 10 ist. Ehe ich jetzt hier das hier versehentlich erkundschafte hier. So, das ist 10. Und da muss ich auch gestehen, dass es ist voll im Rahmen. Weil wenn ihr langsam gehen wollt, dann drückt ihr die Umschalttaste. Und dann könnt ihr auch langsam, also sehr langsam gehen. Aber so, why not, sage ich mal. Finde ich eigentlich ganz angenehm. Ja. Ich will eigentlich mal rein. Weil ich glaube, da drin alles 100% damals auch erkundet, habe ich glaube ich auch nicht. Ich bin mir aber nicht sicher. Gut, dann vielen Dank fürs Zuschauen. Abnehmt mich, schreibt mir einen Kommentar, wenn euch das Video gefallen hat. Nicht einfach Daumen nach unten machen, sondern auch mal schreiben, warum. Das ist das Wichtigste. Hab ich das schon erwähnt. Tschüss. Tschüss.